Andrzej Frey C. Z. Muzzewski war ein polnischer Renaissance-gelehrter Humanist und Theologe, genannt Vater der polnischen Demokratie. Er wurde in Wulborz in der Nähe von Piotr Kutry Bonalski geboren. Leben Muzzewski entstammte dem niederen Adel und war Vogt in seiner Geburtsstadt Wulborz. Nach dem Abschluss seines Studiums an der Philosophischen Fakultät der Krakauer Akademie wurde er wikar und diente ab 1523 dem Erzbischof von Gniesen und Primaus von Polen, Jan Latalski dem Älteren. Er arbeitete von 1525 bis 1529 als Notar für Kirchenrecht für den Bischof von Posen und späteren Primaus von Polen, Jan Latalski. Seit 1530 stand er im Kontakt zu Johannes Alasko, dem Neffen des polnischen Erzbischofs und dem einzigen polnischstämmigen Reformator vom europäischen Rang. Er ging ins Ausland und hielt sich eine gewisse Zeit in Deutschland auf. Seine Reise führte ihn nach Wittenberg, wo er in den Jahren 1531 bis 1535 an der Lutherischen Universität studierte. Er kam dort mit Martin Luther, Philipp Melanchthon und anderen protestantischen Vertretern der Reformationsbewegung in Kontakt und informierte den jüngeren Latalski über den 1547 Sekretär am Hofe von König Sigismund II. August wurde. Er zog sich sieben Jahre später in sein Geburtsort Wulborz zurück, dessen Vogt er 1553 wurde. Durch sein offenes Eintreten gegen die Missstände der Feudalgesellschaft für die Reformation, besonders den Kalvinismus, wie auch den Unitarismus, setzte er sich der ständigen Gefahr einer Anklage der Heresi und des Verlusts aller seiner Titel und Ämter aus. Besonders seit der Veröffentlichung seiner kritischen Schriften kühlte sich sein Verhältnis zum Kardinal Stanislaus Hoseus merklich ab. Am 6. Dezember 1556 stellte ihm der König im polnischen Reichstag einen Schutzbrief aus, der ihm weitere auf seine Person zielende Repressalien ersparte, schließlich heiratete Muszewski 1560, aus dieser Eheverbindung entsprang ein Sohn. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er überwiegend mit der Ausarbeitung theologischer Schriften, er wird Betreff seines Hauptwerks mit dem Franzosen Jean Boudin in einem Atemzug genannt. Angers Frey C. Z. Muszewski nahm auch am Konzil von Trient teil als Mitglied der polnischen Delegation. Wo er sich für die Irenik und sowohl demokratische als auch ökumenische Elemente innerhalb der römisch-katholischen Kirche einsetzte, Werke. Seine Werke waren unter anderem Die Gnade oder Die Strafe für den Totschlag, veröffentlicht auf Latein 1543 Erstdruck in Krakau. Die Verbesserung der Republik, veröffentlicht auf Latein 1551 Erstdruck in Krakau ohne De Scola und De Excelsia, aufgrund der Kirchenzensur. Vollständiger Druck 1554 und 1559 in Basel bei Johannes Apurinus 1557 Erstübersetzung auf Polnisch Erstdruck auf Deutsch. In Die Gnade oder Die Strafe für den Totschlag kritisierte er die ungleiche Behandlung von Straftätern und Opfern vor dem Gesetz abhängig ihrer sozialen Herkunft. Während die Strafe im Polen des 16. Jahrhunderts für den Mord an einem Adligen ab 120 G. Zivnas bis zur Todesstrafe reichte, betrug sie für den Mord an einem Bauer nur 10 G. Zivnas. Dennoch war es sein Werk, die Verbesserung der Republik, das ihm andauernden Ruhm und gleichzeitig internationalen Durchbruch verschaffte. Er befürwortete darin die starke Zentralgewalt der Monarchie, in der nur der König in der Lage war, die Rechte aller Reichsbürger zu schützen. Er forderte die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, kritisierte das Verbot des Landerwerbs durch Nichtadlige sowie die Entmündigung der Stadtbevölkerung bei der Vergabe von öffentlichen Ämtern oder dem Kauf von Land. Er nahm sich auch des Schicksals der unterdrückten Bauernklasse an, indem er ihr das Recht zusprach, ihr eigenes Land zu besitzen und zu bewirtschaften, frei von jedweder Knechtschaft nach Gutsherrenart im Rahmen der Leibeigenschaft. Er forderte die Säkularisation des Schulwesens und die Trennung von Kirche und Staat. Diese Schrift wurde in viele europäische Sprachen übersetzt, brachte ihm aber viele Feinde innerhalb der Kirche und beim Papst Paul IV. Ein, der sein Buch 1557 auf den Index der verbotenen Bücher, Index Liborum Prohibitorum, stellte. Zitate Ohne Gesetze kann es keine wahre Freiheit geben. Der Bauer ist nicht euer Sklave, er ist euer Nachbar.